ist das hier ein vlog? ja? hallo meine freunde herzlich willkommen zu einem weiteren vlog heute sind wir in der modenschau vom atelier chardon sauvan in hamburg im gleis 7 und wir schuten hier gerade ein paar looks und ich habe Oranien 3 wie das Das war's gut. Also, jetzt muss ich gar nicht fragen, mach einfach das Video auf dem Bild. Ich habe die Haare gewaschen aus dem Haferstuhl. Geht's dir gut? Ich habe die Haare gewaschen. Boah, Bruder, jetzt wird hier wieder so ein Foodpott. Okay, ich mache einen ganz großen Messer, okay? Ganz großen Messer. Schnapp an die Soße, habe ich gedacht. Aber die Tomaten muss ich leider runternehmen. Weil Tomaten sind nicht gut. Mag ich nicht. Das war ein ganz kleines Jahr. Das ist toll. Du musst dann mal gucken, weil ich muss die dann so. Ach so, mit so einem... Ach so. Weil es ja wirklich geschützt ist. Genau, wie gerne so. Das ist ja alles gut. Das ist ja alles gut. Das ist ja alles gut. Ey, die Modenschau ist vorbei. Das war der Vlog. Und viel Spaß beim nächsten Mal. Okay, das guck! Woooh! Das war der Vlog. Okay, wir sehen uns jetzt immer Wong. Aber Officerin Gotte dir zu. Leer los. Möjttelst Gerda, glänzelst Gerdelst Gerda, glänzelst Vielen Dank.